Profil-Podcasts Also, lassen wir die Kirche einfach mal im Dorf. Es ist eine für die Bundesregierung sehr, sehr unangenehme Situation. Es ist eine echte Krise. Es ist Sonntag, der 14. Februar und Sie hören den Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle, ich bin Redakteur beim Nachrichtmagazin Profil und wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter Haig über die Sonntagsfrage und die aktuelle Kanzlerfrage. Also, fangen wir an. Fangen wir an. Herr Haig, nach der Abschiebedabatte der Plagiatsaffäre, den Querelen mit den Bundesländern in der Pandemiebekämpfung, ist jetzt auch noch bei Finanzminister Gernot Blümel zu einer Hausdurchsuchung gekommen in der Causa Casinos. Jetzt kommt in der aktuellen Profilumfrage, die Sie erhoben haben, kommt die Regierung noch auf 46 Prozent. Das ist eigentlich der tiefste Wert der Regierung seit Bestehen von Türkis Grün. Wie groß ist eigentlich die Krise der Regierung? Die Krise der Regierung könnte derzeit wahrscheinlich gar nicht größer sein. Woher kommen die 46 Prozent? Also wir weisen die ÖVP bei 36 Prozent aus. Das ist im Vergleich zum letzten Mal eine Verschiebung von einem Punkt, also nichts. Die Grünen jedoch fallen von 14 auf 10 Prozent. Das ist wirklich signifikant und massiv. Aber diese Krise hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Mein Gott, die Plagiatsaffäre von der Frau Aschbach ist eine Petite. Kann sich niemand mehr drunter erinnern. Ja, das ist wirklich eine, im Auge des Orkans, in dem sich die Regierung befindet, ist das tatsächlich eine Nichtigkeit. Die Problematik besteht einerseits, dass man die Pandemie nicht im Griff hat. Das ist aber nur zum Teil der Bundesregierung anzulassen, weil die kann halt nichts für ein südafrikanisches und britisches, eine britische Mutation. Die Bevölkerung geht bei gewissen Dingen auch schlicht und ergreifend nicht mehr mit. Dementsprechend hat man ja auch eine partielle Öffnung gemacht. Also das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist natürlich die Abschiebedebatte der georgischen Familien. Das hat den Grünen jetzt mal zwischenzeitlich massiv geschadet. Und jetzt kommt eben die Causa Blümel hinzu. Da wissen wir eigentlich noch gar nicht, wie wir es abschließend bewerten können, weil vielleicht bleibt es bei dieser Hausbesuchung und das war es. Also we don't know. Aber es ist eine wirklich massive Krise dieser Bundesregierung. Ja, und auch wahrscheinlich die erste große Krise von Bundeskanzler Kurz, weil Gernot Blümel ist seit Tag eins einer seiner nächsten Verbündeten. Also die Einschläge kommen näher. Naja, die Einschläge kommen näher, aber ganz ehrlich, Sebastian Kurz ist ein Krisenmodus-Kanzler. Also er hat 2017 eine Regierung gebildet, durchwegs gegen breitere Widerstände, nicht unbedingt aus der Bevölkerung, aber aus verschiedenen Stakeholdergruppen der Gesellschaft. Er hat dann an Ibiza, dazwischen waren noch x andere Geschichten, Kurz kennt und kann Krise. Die Frage ist jetzt aber natürlich, wenn es einen unmittelbaren Weggefährten betrifft, wie sich das auf seine Positionierung auswirken wird. Und es werden gleich in den nächsten Stunden und Tagen Themen auftauchen, was wusste der Kanzler. Also man wird sehen, wie man sich hier positioniert und wie man sich hier verhält. Angenehm ist die Situation natürlich alles ganz und gar nicht. Ist die Hochzeit von der türkisen ÖVP und der Kanzler Kurz vielleicht schon vorbei? Ach, was wissen wir? Also gerade, was haben wir nicht für Umfragewerte in der Pandemie gesehen? Also von Himmel hoch ja auch sind zu Tode betrübt. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr wirre Zeit. Lustigerweise nach 2008, nach Lehmann, dachte ich mir, was soll jetzt noch kommen in meinem Leben? Man sieht immer... Alles gesehen. Alles gesehen, genau. Nein, also dann kam die Migrationskrise 2015 und wir haben uns gedacht, naja, das ist schon sehr heftig. Das ist ja das Tolle auch am Leben. Man bekommt immer wieder neue Aufgaben gestellt. Also ja, jetzt ist sicher eine schwächere Phase von der türkisen ÖVP da. Aber halten wir mal fest, Sie halten in dem Umfang derzeit noch immer bei 35 bis 36 Prozent. Also bitte hätten wir 2015 eine ÖVP bei 35 bis 36 Prozent verortet. Ich erinnere mich an damals, Reinhold Mitterlehner, ÖVP 18 bis 20. Dann hätte uns jeder für verrückt erklärt. Also lassen wir die Kirche einfach mal im Dorf. Es ist eine für die Bundesregierung sehr, sehr unangenehme Situation. Es ist eine echte Krise. Aber stellen wir uns doch einfach bitte nur vor, wir schreiben den Herbst 2021, 50 Prozent der Bevölkerung sind vielleicht geimpft. Die Wirtschaft kommt wieder ins Rennen. Es ist bei der Untersuchung, bei der Hausdurchsuchung von Gernot Blümel geblieben und man kann nichts weiteres nachweisen. Oder es hat sich alles in Luft aufgelöst. Na bitte, dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Also ich werde dieser Tage 50, das Leben macht einen gelassener. Sie haben es ja schon angesprochen, die Grünen haben jetzt aber vier Prozentpunkte verloren im Vergleich zum Vormonat, kommen noch auf zehn Prozent. Sogar die Neos schaffen diesmal elf Prozent, also überholen knapp die, ja, wir wissen, innerhalb der Schwankungsbreite. Aber sehen vielleicht der kleine Koalitionspartner, sehen Sie vielleicht auch die Probleme der Türkisen jetzt, auch mit Finanzminister Blümel, jetzt auch mit einem lachenden Auge? Also dass der große Koalitionspartner da Probleme kriegt und von den eigenen Problemen jetzt auch ein bisschen abzulenken? Also beide Koalitionspartner würden das Dümmste tun, wenn sie sich über den Misserfolg der anderen fragen. Es bringt ihnen gar nichts, außer dass es die Regierung destabilisiert. Und genau danach muss die Bundesregierung jetzt trachten. Sie muss weiterhin stabil arbeiten und muss tatsächlich die Umfragewerte außen vor lassen. Es gibt den alten Spruch, Umfragen sind wie ein Parfum, riechen Sie daran, aber trinken Sie es nicht. Und genau das müsste jetzt diese Bundesregierung tun. Ich würde nicht einmal daran riechen, sondern jetzt geht es darum, die Regierung stabil zu halten. Und den Koalitionspartner zu unterstützen und ihn auch leben zu lassen. Das gilt für beide. Natürlich ist es, wenn es in den Bereich der Bestechlichkeit hineingeht, ist das etwas anderes, als wenn es um eine Abschiebedebatte geht. Da wird es natürlich verdammt heikel. Aber auch da kann man ja intern klare Worte sprechen. Aber das Land braucht eine, das vergessen wir immer, wir reden ja immer von Politik, Politik und von politischer Taktik. Wir sprechen in seltensten Fällen von Staatsräson. Und das Land braucht schlicht und ergreifend eine stabile Regierung. Also was man jetzt überhaupt nicht brauchen kann, sind Neuwahlen. Und da kann man noch so zufrieden oder unzufrieden mit Rudi Anschober zum Beispiel sein, als oberster Herr des Verfahrens. Es nützt halt nichts. Jetzt muss diese Pandemie so gut wie halt nur irgendwie bewältigt werden und die Folgewirkungen, nämlich dann was auf Wirtschafts- und Arbeitsmarkt noch zukommt. Also das heißt, beide tun gut daran, das Drumherum mal versuchen auszublenden und schlicht und ergreifend knallhart weiterzuarbeiten. Es bleibt auch gar nichts anderes übrig. Ja, und auch wie Ihre aktuelle Umfrage auch ergeben hat, in einer Spezialfrage spricht sich ja eine Mehrheit der Bevölkerung auch nicht für Neuwahlen aus. Also das will ja nicht. Nein, Einspruch euer Ehren. Wir haben nicht gefragt, wollen Sie Neuwahlen? Nein, sondern wir haben gefragt, erwarten Sie Neuwahlen 2021? Das war eine Wunschfrage vom Profil. Die Problematik mit so Einschätzungsfragen ist immer, was wissen wir Wähler und Wählerinnen schon, was in Zukunft passieren wird? Es wissen ja nicht einmal die Politiker, was passieren wird. Aber da sagt die Bevölkerung, also sie erwarten sich überhaupt keine Neuwahlen in diesem Jahr. Und jetzt können wir sagen, wahrscheinlich ist auch der Wunsch dahinter gelagert, dass es zu keinem Neuwahlen kommt. Außer von freiheitlicher Seite, die hätten es nämlich ganz besonders gern. Dieses Minus von vier Prozentpunkten bei den Grünen kann man ja ziemlich sicher zurückführen auf diese Abschiebedebatte. Aller Voraussicht nach. Zu einem Gutheil. Ja, weil es gibt den einen oder anderen wahrscheinlich auch unzufrieden ist grundsätzlich mit der Rolle der Grünen in der Regierung der Pandemie. Aber vollkommen richtig, das wird die Abschiebedebatte sein. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Kommentar für Profil, Augen zu und durch bei den Grünen, ist das die einzige Möglichkeit, die Sie aktuell haben? Ja, natürlich ist das die einzige Möglichkeit, weil es bleibt Ihnen ja keine andere. Also ja, Sie können aus der Regierung austreten. Viel Spaß auch, abgesehen davon, da wird Herr Bundespräsident was dagegen haben. Augen zu und durch heißt einfach, diese Milch ist verschüttet. Es bringt jetzt nichts mehr, a, darüber zu sudern, b, eine Gegenaktion zu starten. Es nützt nichts. Und man muss sich immer vor Auge halten, die Regierung ist regulär bis 2024 im Amt. In Gottes Namen, was wird 2024 sein? Wir wissen es alle nicht. Es ist keine Ahnung. Im Jahr 2024 wird sich möglicherweise niemand mehr an diese Abschiebedebatte erinnern. Deswegen Augen zu und durch. Es ist gegessen. Das Tor ist gefallen. Nein, ich liege 1 zu 0 hinten, ich liege vielleicht 2 zu 0, 3 zu 0 hinten, ein Mädchen hat 90 Minuten, ich marschiere und es bleibt mir sein. Ich weiß, das ist sehr simpel formuliert, aber es ist nun mal so. Und dementsprechend Augen zu und durch. Anders gefragt, braucht die Regierung wieder gute News? Mein Gott, ja. Jede Regierung braucht gute Nachrichten. Jeder Bürger und jede Bürgerin, wir alle brauchen gute Nachrichten. Es wäre mal schön, wenn man endlich gute Nachrichten hätte, wenn wir wieder hätten, nämlich lustigerweise ganz normale Nachrichten, wie, die Kinder gehen wieder ganz normal in die Schule. Und juhu. Man denkt sich, ach du, ich fahre übrigens zu Ostern nach Venedig. Und wir reden ja nur alle News. Bist du getestet? Bist du nicht getestet? Hast du das gehabt? Hast du das nicht gehabt? Wie geht es dir beruflich? Es ist, das engt natürlich unglaublich ein. Nein, also ja, wir alle brauchen gute Nachrichten. In der fiktiven Kanzlerfrage muss ich Kurz wohl auch noch keine Sorgen machen. Er kommt aktuell auf 32 Prozent, verliert leicht an Zustimmung, liegt aber noch immer über allen Mitbewerberinnen. Leicht profilieren konnte sich in der letzten Zeit die SPÖ-Chefin Pamela Renni-Wagner. Kurz schwebt aber noch immer so über allen. Ab welchem Wert, würden Sie sagen, müsste er sich Gedanken machen? Jetzt haben wir ja leider keine Grafik im Podcast. Also um den Hörer und Hörerinnen das mal zu verdeutlichen. Sebastian Kurz ist seit seinem Amtsantritt als Bundeskanzler immer auf jeden Fall über halb der 32 Prozent Marke geblieben. Manchmal auch extrem hoch, weit in die 40er hinein. Ich glaube, wir hatten ja sogar mal bei 50er irgendwann. Und er hat immer wieder, das war so fast schon in einem 1, 2, 1,5 Jahre Rhythmus, hat er immer wieder die 32 erreicht. Er ist immer rauf und runter gegangen, aber das Interessante war, die 32 hat er nie durchbrochen. Und das ist ein bisschen so wie am Aktienmarkt. Es gibt so entweder Indizes wie ATX oder Dow Jones, als auch bei Aktien selbst, die nie eine, da gibt es eine Grenze, diese Grenze durchbrechen sie nicht. Aber wenn diese Grenze durchbrochen wird, dann werden sofort wieder Verkäufe ausgelöst und dann geht es ratatatata hinunter. So, diese Grenze, wie es mich ärgert ist, es gibt so ein Fachterminus dafür. Also diese Grenze hat er bis dato nie durchschlagen. Wenn er die durchschlägt, dann ist das ein echtes Warnsegnal. Also die 32 Prozent, die irritieren mich gar nicht, in der jetzigen Situation auch ganz, ganz normal. Aber wenn es da hinunter geht und wenn er die 32 durchschlägt und die 32 nämlich signifikant durchschlägt, also das hieß in dem Fall 29, 28, dann bekommt er ein Problem. Also, oder anders gesagt, dann hat er schon ein Problem, weil dann verweigern ihm manche nochmal die Gefolgschaft und das wäre dann ein echtes Warnsegnal. Ein kleiner Krisengewinner ist aktuell die SPÖ, die kommt jetzt auf 23 Prozent. So stark waren die Roten eigentlich seit April 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht mehr. Ist es auch ein bisschen das Problem der SPÖ, dass sie aber nur wegen der Krise der anderen profitieren, also zulegen? Ja, mein Gott, das macht ja jeder. Also, ich komme nochmal auf den Fußball zurück. Fast, fast, der Großteil der Tore entsteht durch Fehler der Gegenmannschaft. Also, es ist nun mal so. Und im politischen Gewerbe ist es natürlich nicht viel anders. Wenn die Bundesregierung Fehler macht, dann profitiert meistens die Opposition davon, je nach Themenlage, die eine oder andere Oppositionspartei. Die Sozialdemokratie, insbesondere die Parteichefin, macht das jetzt wirklich gut. Sie ist, haben wir schon letztes Mal, glaube ich, gesagt, in ihrer Rolle angekommen. Sie ist sehr, sehr authentisch. Wir sehen auch bei anderen Umfragen, dass die Ideen, Konzepte, die Positionierung, die die Sozialdemokratie in der Pandemie jetzt hat, gut angenommen wird von breiteren Teilen der Bevölkerung. Also, da ist man sehr gut positioniert. Die Frage ist, was kann ich für die Zukunft daraus mitnehmen, wenn wir davon ausgehen, dass es keine Neuwahlen geben wird. Heißt, irgendwann ist diese Pandemie auch vorbei. Also, auch an die jüngeren Hörer und Hörerinnen, nichts ist von Dauer im Leben. Also, die Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Dann kommt die Aufräumarbeiten am Wirtschafts- und Finanzsektor. Auch da kann sich oder hat sich die SPÖ schon klar positioniert, insbesondere durch Gewerkschaft und AK. Und wenn man auch so den Bankern zuhört, sagen die, naja, diese Aufräumarbeiten, ob man das nicht auf der einen Seite durch Steuern, sie durchaus Erbschaftssteuern, Vermögensteuern, diese Debatte wird kommen. Und bei manchen, wie Andreas Dreichl zum Beispiel, wenn ich ihn richtig interpretiere, der ist durchaus jemand, der auch dafür zu haben wäre, für diese Ideen. Das heißt also, da hat die Sozialdemokratie weiterhin Chancen, sich gut zu positionieren. Alles Weitere wird die Zukunft zeigen. Also, die Frage ist, kann Rendi ihre derzeitige Positionierung, haben wir auch schon mal gesagt, für einen Image-Transfer auch nützen und diese Position, die sie jetzt im Gesundheitsbereich hat, auch in anderen Bereichen mitnehmen? Ganz angenehm ist die Lage ja für die FPÖ, die braucht eigentlich aktuell nicht wirklich was tun, oder? Die können sich das Ganze anschauen, gehen in Fundamental-Opposition, schauen sich das an, kommen aktuell auf 17 Prozent, die freuen sich und warten mal ab. Naja, jein. Also ja, man hat sich stabilisiert, das ist gar keine Frage. Also man ist ja schon viel, viel weiter nach unten gegangen. Jetzt halt 16, 17 Prozent. Ob die Freiheitliche Partei trotz allem jetzt so gut aufgestellt ist, weiß ich nicht. Sie profitiert jetzt ganz, ganz stark von der Krise. Sie wird jetzt natürlich, insbesondere in der Causa Blümel, wird sie sagen, naja, die sind aber auch nicht anders als der Strache. Also da wird sicher ein Frontalangriff kommen. Und man wird versuchen, wieder aus dem ÖVP-Sektor wieder Wähler herauszubrechen und Wählerinnen. Das Problem der Freiheitlichen Partei ist aber trotz alledem, wofür stehen die Freiheitlichen heute? Weil das Thema trotzdem Zuwanderung, Integration hat kurz besetzt und die ÖVP wird den Teufel tun, dieses Thema nochmal herzugeben, weil sie sagt, sobald wir hier aufmachen, sind die wieder bei den Freiheitlichen, weil das ist halt ein Thema in der Bevölkerung. Lieber die Wähler sind bei uns als bei den Freiheitlichen. So. Was bleibt dann den Freiheitlichen? Jetzt ist die Pandemie. Ich habe mal im Interview gesagt, die Pandemie war eigentlich der Rettungsring für die Freiheitlichen, weil damit konnte man sich wieder positionieren. Eben in einer Fundalopposition. Aber was bleibt trotzdem am Ende des Tages? Wofür steht dann die Freiheitliche Partei? Also ich sehe das noch nicht so angenehm, aber keine Frage, es gibt jetzt schlimmere Situationen für die Freiheitlichen als die jetzige. Aber der Kass ist noch nicht gessen. Jetzt haben Sie für die aktuelle Profilumfrage auch abgefragt, wie die Bevölkerung, die Maßnahmen der Bundesregierung, in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sehen. Das waren im März 2020, das war zu Beginn der Pandemie, fanden das noch 75 Prozent gut. Also es wurde nach Augenmaß. Mit Augenmaß, genau. Mit Augenmaß gehandelt. Jetzt sind es eigentlich, ich habe mich jetzt ein bisschen überrascht, es sind noch immer 43 Prozent, die finden, dass es mit Augenmaß ist. Das ist eigentlich nach diesem Wahnsinnsjahr gar nicht so ein schlechter Wert. Finden Sie nicht auch? Na im Vergleich zu 1979, nein. 75 war es? 75, ja. Ja, aber nach einem Jahr Krise? Ja, mein Gott. Also wir haben abgefragt, sind die Maßnahmen übertrieben mit Augenmaß oder zu nachlässig? Interessanterweise übertrieben und zu nachlässig im ähnlichen Ausmaß zugenommen. Also man merkt die Polarisierung heute in der Bevölkerung viel, viel stärker. Dass 43 Prozent sagen, mit Augenmaß ist klar, das sind hauptsächlich die Wähler und Wählerinnen von ÖVP und Grünen. Aber das müssten eigentlich mehr sein. Und der Wert ist mit 43 bis 50 doch deutlich unterschritten. Also das heißt, nein, es ist kein allzu guter Wert mehr. Es ist nicht schlecht, aber wir haben immerhin, wenn man es jetzt daumen mal B nimmt, 60 Prozent, die sagen, entweder es ist übertrieben oder zu nachlässig. Also diese Frage zeigt uns, wie stark die Polarisierung mittlerweile in der Bevölkerung ausgeprägt ist. Und man merkt auch, wie die einzelnen Gruppen sich voneinander differenzieren, weil sie natürlich ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen hat. Also Eltern von schulpflichtigen Kindern haben einen ganz anderen Blick auf die Pandemie als die ältere Bevölkerung. Das Spannende wird immer nur dann, wenn sie ganze Familiengenerationen gemeinsam zusammenfragen. Dann sagen natürlich die Alten schon, naja, aber die Kinder sollten schon in die Schule gehen. Aber auf der anderen Seite werden wir kein geschützt. Also es ist dann trotz alledem nicht so klar. Aber grundsätzlich sieht das jeder natürlich aus seiner ganz, ganz persönlichen Situation. Und das führt natürlich zu einer deutlich stärkeren Polarisierung. Und im März 2020 waren wir ja alle der frohen Hoffnung, dass wir gesagt haben, naja, mein Gott, nach Ostern ist die Geschichte gegessen. Ja, leider ist sich das nicht ganz ausgegangen. Vielleicht Ostern 2022. Naja, warten wir es ab. Wir wissen es alle nicht. Jetzt gab es ja auch in der letzten Woche, wir zeichnen den Podcast am Freitag, dem 12. Februar auf. Jetzt treten in Tirol auch die Maßnahmen in Kraft mit heutigem Tag, mit ein paar Tagen Verspätung. Da gibt es ja die südafrikanische Variante. Das Coronavirus ist da ja aufgetreten. Mit heutigem Tag treten die Maßnahmen dort in Kraft. Das hat sich jetzt noch ein paar Tage verzögert auch. Jetzt sagt aber eine Mehrheit in ihrer Befragung, dass es durchaus okay ist, einzelne Bundesländer auch unter Quarantäne zu stellen, wenn sich dort neue Formen des Coronavirus ausbreiten, wie aktuell in Tirol. Also das ist eigentlich für die Bundesregierung jetzt auch ein guter Wert, um da in Zukunft auch in anderen Teilen Österreichs durchgreifen zu können. Absolut. Noch dazu, wenn man es noch weiter runter bricht und sagt, machen wir es doch regional. Also Bezirk Schwarz zum Beispiel in Tirol. Dafür hat die Bevölkerung durchaus Verständnis. Warum? Weil es aus Sicht des Einzelnen logisch ist und blöd ist halt, wenn man selbst davon betroffen ist. Aber man sagt, naja, aber bevor das ganze Land wieder stillsteht, ist es doch viel, viel gescheiter, jene Bezirke, Regionen zu identifizieren und zwischenzeitlich abzusondern, bis die Geschichte dort eben gegessen ist und aus Sicht beruhigt hat. Ich meine, das ist eine ganz, ganz logische Antwort und da hätte auf jeden Fall die Bundesregierung Povo auch von Seiten der Bevölkerung. Herr Heik, vielen Dank für die Analyse. Es ist wieder sehr viel in Bewegung geraten im Vergleich zu den letzten Monaten. Es bleibt spannend und wir hören uns wieder im März. Ja, tun wir das und ich bin neulich, wie es dann ausschaut. Dankeschön. Herzlichen Dank. Sie hörten Meinungsforscher Peter Heik über die aktuelle Sonntagsfrage. Unser ganzes Podcast-Portfolio finden Sie auf profil.at slash podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.